hallo hier ist der martin von mann und kies dass die taxanalyse für nun montag den 29 mai 2023 ist fingstmontag je nachdem wo man sucht findet man tatsächlich statt fingstmontag ein börsenfeiertag ist die xetra börse selbst weist aber aus dass der fingstmontag geöffneten handel hat also dass man quasi an xetra börse ganz normal aktien und demzufolge also die aktien handeln kann und demzufolge der dax im kurs bekommen ist auch die us-indizes sind über futures handelbar auch wenn die stock exchange geschlossen hat ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie wo was handelt und dachte mir deswegen ich mache trotzdem einfach mal eine analyse mit rein dass wir einfach vorbereitet sind und beschäftigen können erwartungstechnisch würde ich aber denken dass auch wenn jetzt kein feiertag ist dass es trotzdem so gehandelt wird also das vielleicht mal früh irgendwie in den gap kommt und der dann aber über den tag relativ unbewegt stehen bleibt und sich nicht viel bewegt wir gucken aber mal kurz rein insbesondere auch was wir am freitag sehen wollten was wir am donnerstag bekommen haben wir hatten darüber gesprochen über den freitag ich hatte betont und um entschuldigung gebeten dass ich eben darauf hinweisen muss dass das eine kerze ist die nach oben potenzial entfalten kann für den fall der fälle der dax würde eben über eine 880 über eine 885 rauslaufen wir hatten darüber gesprochen dass abbruchbedingungen ein neues tief und am donnerstag wäre das war da recht knapp dran war aber keins also er war auch nicht drunter ich muss ganz ehrlich sagen weiß ja der unbestand da dachte ich mir auch schon so das aber jetzt deutlich was wird es denn was soll es denn währenddachs aber hat den bohren gekriegt quasi einen kleinen doppelboten gestellt das tiefer ein bisschen höher und dann kam der moment also über die 8 85 drüber ist und ganz ehrlich das hat man eigentlich schon im tiefen bisschen sehen also wir haben auch glaube ich ein update rumgeschickt haben und hier gerade so drei vier kerzen von unten weggezogen da hat man schon gesehen der will doppelboten anspielen haben wir bei unserem update auch schon geschrieben also wenn er lust hat dann schiebt er jetzt das doppelboten ziel an macht sich erst mal wieder hoch und bis was war es 8 40 und haben gesagt bis abend dann 16 20 wäre ganz schlimm ich könnte noch machen einfach um die wochenkerze noch ein bisschen zu retten und genauso kam es genau 16 20 erreicht das hat dann super gepasst und demzufolge ich ja bullisch bedient die vorherige kerze so wie es eigentlich auch erwartet war und eben nicht drunter und eben auch nicht keine tiefs danach gesetzt und weggebrochen von daher die analyse bedient und jetzt zum montag oder dann eben dienstag nachdem wo die bewegung kommt aber ich mache für morgen auch noch mal eine analyse muss man hier ganz klar sagen die risiko auch jetzt weiter auf der oberseite denn hier ist die kamte hier ist die kamte das heißt der braucht sich viel gewalt um hier drüber zu hüpfen und dann hatte ich schon wieder die ganzen käufer hier oder die verkäufer vielmehr in ins minus getreten und hat die quasi unter druck und das kann sich durchaus auch relativ zügig dann auswirken dann steht er wieder bei 2 40 das ist hier leicht erreichbar also 1 50 16.150 16.240 16.300 das sind jetzt wirklich nicht schwer erreichbare ziele er müsste halt einfach nur drüber er müsste nur drüber das muss er hinkriegen kriegt er das nicht hin verkacktes verkauften abwärts gibt direkt ab dreht sich weg liefert uns nach 930 einfach nur eine folge aus tiefs und neueren tiefs und flachere hochs und tiefere neue hochs und dann wieder tiefere neue tiefs dann darf man den konter mit einkalkulieren und je nachdem wie weit er dann zurückkommt können wir zum dienstag dann sogar noch mal richtig überraschen aber das muss eben auch erst kommen und wenn das nicht kommt und der eben nicht abverkauft und keine eklatante schwäche am morgen zeigt würde ich sagen es sind die wahrscheinlichkeiten hier eher nach oben gerichtet in die 5 in die 16.150 rein in die 16.240 rein und 16.300 und darüber ja und von daher können wir das eigentlich kurz fassen das heißt guckt mal guckt mal besser mit hin ja was sich wie wo zuckt auch wenn pfingst montag ist und auch wenn ihr vielleicht feiertag habt wie gesagt die xetra börse hat geöffnet und us futures sind auch handelbar das heißt auch cfd und sowas sollten bepreist werden würde ich vermuten ja und ja also ich wünsche euch was gutes gelingen viel erfolg und ansonsten schönen feiertag man kann es auch einfach mal genießen ja ich wünsche euch was